Heute werden wir über Nama sprechen, eine Person, die in der Heiligen Schrift von großer Bedeutung ist. Im Alten Testament der Bibel erwähnt, war sie eine ammonitische Prinzessin, Tochter von Ramum, dem König der Ammoniter. Die Geschichte von Nama ist im ersten Buch der Könige, Kapitel 14, Verse 21 und 31 aufgezeichnet. Der biblische Bericht berichtet uns, dass Nama die Frau Salomos wurde, des legendären Königs von Israel, der für seine Weisheit und seinen Reichtum bekannt war. Namas Leben ist Geheimnis umwittert, aber wir haben einige wichtige Informationen aus der Bibel und der jüdischen Tradition extrahiert, um Ihnen alle Details in diesem Video zu zeigen. Allein aus diesem Grund glaube ich, dass ich es bereits verdiene, dass Sie den Kanal abonnieren und dies hinterlassen, um unsere Arbeit zu teilen. Als Tochter eines Königs wuchs Nama in einem Umfeld auf, das von Luxus und Privilegien geprägt war. Ihre Heirat mit Salomo, einem der mächtigsten und einflussreichsten Monarchen in der Geschichte Israels, war zweifellos ein Ereignis von großer politischer und diplomatischer Bedeutung. Namas Verbindung zu den Ammonitern hatte aufgrund der historischen Feindschaft zwischen den Israeliten und den Ammonitern schwerwiegende Auswirkungen. Nach biblischer Überlieferung wurden die Ammoniter oft als Feinde der Israeliten angesehen, da sie von Abrahams Neffen Lot abstammten und eine Geschichte der Rivalität und des Konflikts mit dem Volk Israel teilten. Infolgedessen löste Salomos Heirat mit Nama, einer ammonitischen Prinzessin, Besorgnis und Kritik bei den konservativeren Israeliten aus, die befürchteten, dass die Verbindung die Reinheit des israelitischen Glaubens und der israelitischen Kultur gefährden würde. Vorher ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Salomo bereits mit einer Pharaonentochter verheiratet war, was eine legitime königliche Ehe war. Er verliebte sich jedoch bald in mehrere ausländische Frauen aus vielen verschiedenen Kulturen, darunter auch Nama. Das größte Problem in dieser Situation war sein Mangel an Kontrolle, da er im Laufe seines Lebens eine beeindruckende Anzahl von Ehefrauen und Konkubinen anhäufte. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 11, Vers 3, wird berichtet, dass er 700 Frauen königlicher Abstammung und 300 Konkubinen hatte. Selbst nach mehreren Ratschlägen seiner eigenen Mutter über die Gefahr, die diese verschiedenen Frauen für ihn darstellen könnten, scheint Salomo ihn ignoriert zu haben und sich weiterhin mit Frauen aus verschiedenen Nationen eingelassen zu haben, wie zum Beispiel den Ammonitern und Hethitern, die verschiedene Religionen mit fremden Göttern praktizierten. Solomon war jedoch sehr verliebt in Nama, was diese Ehe noch komplexer und einflussreicher in seinem Leben machte. Seine Liebe zu Nama überschritt die kulturellen und politischen Barrieren der Zeit. Entscheidungen zu treffen, die nicht nur für ihn selbst, sondern auch für das Königreich Israel negative Folgen hatten. Salomos intensive Zuneigung zu Nama führte dazu, dass er die Praxis der Anbetung fremder Götter erlaubte, den Bräuchen seiner geliebten Frau zu folgen und damit die religiösen Grundlehren des Judentums zu kompromittieren. Die Geschichte Salomos ist ein krasses Beispiel dafür, wie ein König, der ursprünglich den einen wahren Gott anbetete, mit der Zeit abdriften kann. Die Bibel berichtet uns, dass Salomo, obwohl er seine Herrschaft mit der Anbetung des Herrgottes begann, schließlich dem Einfluss seiner fremden Frauen, einschließlich Nama, Nachgab und Altäre für ihre Götter baute. Es ist wichtig anzumerken, dass Salomo nicht der erste König war, der diese Regel brach. Sein Vater, König David, hatte ebenfalls mehrere Frauen, was bereits auf ein Muster hindeutete. Tatsächlich warnt die Bibel in Deuteronomium, Kapitel 17, Vers 17 ausdrücklich, dass die Könige Israels nicht viele Frauen haben sollten, da dies sie geistlich in die Irre führen würde. Erstaunlicherweise folgte Salomo, der in vielerlei Hinsicht ein so weiser Mann war, nicht dem Rat der Heiligen Schrift und wich vom rechten Weg ab. Auch wenn er den Versuchungen nachgab, ist es interessant festzustellen, wie gut Salomo für seine Weisheit bekannt war. Eine der bekanntesten Geschichten, die ihre Intelligenz illustriert, handelt von zwei Frauen, die behaupteten, Mütter zu sein und sich um die Mutterschaft eines bestimmten Babys stritten. Salomo schlug einen Deal vor, um das Baby in zwei Hälften zu teilen. Eine Idee, die eine der Frauen beunruhigte, sie zur Verzweiflung trieb und den König anflehte, dies nicht zu tun. Auf diese Weise entdeckte Salomo die wahre Mutter des Babys. Seine Weisheit erstreckte sich auch auf ein breites Spektrum an Wissen, vom Verständnis der Natur bis hin zum Verfassen von Sprichwörtern und Liedern, die im Alten Testament, im Buch der Sprüche und im Hohelied aufgezeichnet sind. Als Salomo noch lebte, hatte ein Prophet namens Ahija eine Vision und verkündete eine Prophezeiung, die den Lauf der Geschichte Israels verändern sollte. Ahijas Prophezeiung offenbarte, dass Jerobeam, ein Diener Salomos, König von zehn Stämmen Israels werden würde, während nur ein Stamm unter der Herrschaft Salomos und seiner Nachkommen bleiben würde. Diese Prophezeiung von Ahija deutete darauf hin, dass die Einheit des Königreichs Israel im Begriff war, geteilt zu werden. Als Salomo von der Prophezeiung erfuhr, erkannte er, dass Jerobeam eine Bedrohung für die Kontinuität seiner Herrschaft darstellte. Aus Angst, seine Macht und seinen Einfluss zu verlieren, ergriff Salomo drastische Maßnahmen und versuchte, Jerobeam zu ermorden. Dieser verzweifelte Akt offenbarte die wachsenden Spannungen, die sich im Königreich Israel entwickelten. Nach dem Tod Salomos und der Thronbesteigung seines Sohnes Rehabeam tauchte Jerobeam jedoch wieder als zentrale Figur in den folgenden Konflikten auf. Die Erfüllung der Prophezeiung Jesajas setzte eine Reihe von Ereignissen in Gang, die zur Teilung Israels in zwei Teile führten. Das Königreich Israel, das von Jerobeam regiert wurde und aus zehn Stämmen aus dem Norden bestand und das Königreich Judah, das von Rehabeam angeführt wurde und aus den Stämmen des Südens bestand. Diese Teilung markierte eine turbulente Periode in der Geschichte Israels, die als Schisma bekannt ist und nachhaltige politische und religiöse Auswirkungen hatte. Rehabeams Herrschaft und seine katastrophale Regierung stellen einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte Israels dar. Die Erhöhung der Steuern und Rehabeams unglückliche Entscheidung, die Sorgen des Volkes zu ignorieren, schwächten schnell seine Autorität und führten zu einer Periode der Dekadenz seiner Herrschaft. Die Wirtschaft schwächelt, die politische Stabilität ist bedroht und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung hält an. Schließlich wurde Jerobeam der erste König des Königreichs Israel nach der Teilung der Königreiche Israel und Judah. Jerobeam ergriff drastische Maßnahmen, um sein Volk daran zu hindern, in Jerusalem weiterzubeten. Um die religiöse Kontrolle aufrecht zu erhalten, fertigte Jerobeam zwei goldene Kalbsstatuen an und stellte sie auf Altäre in Bethel und Dan auf, um die Israeliten zu ermutigen, diese Bilder anzubeten, anstatt nach Jerusalem zu gehen. Diese umstrittene Entscheidung hatte weitreichende Folgen, denn das goldene Kalb wurde in der Geschichte Israels zu einem Symbol für Apostasie und Gützendienst. Eines Tages, als Jerobeam an einem dieser Altäre Opfergaben darbringen wollte, erschien ein unbekannter Prophet und prophezeite, dass ein Nachkomme Davids eines Tages die heidnischen Altäre zerstören und sogar menschliche Knochen darauf verbrennen würde. Erstaunlicherweise erfüllte sich diese Prophezeiung Jahrhunderte später, als König Josia von Judah religiöse Reformen durchführte und die Taten vollbrachte, die der unbekannte Prophet vorhergesagt hatte. Die Geschichte von Nama erinnert uns daran, dass selbst die weisesten und mächtigsten Führer zu Sünde und Abtrünnigkeit verleitet werden können, wenn sie zulassen, dass äußere Einflüsse wie Ehen und politische Bündnisse ihre Hingabe an den wahren Gott verderben. Salomos, Entscheidung unter dem Einfluss Namas Altäre für die fremden Götter seiner Frauen zu errichten, leitete eine Periode des geistlichen Verfalls und der politischen Auseinandersetzungen ein, die in der Teilung des Königreichs Israel gipfelte. Die Geschichte seines Einflusses auf Salomo ist eine eindringliche Erinnerung daran, wie Weisheit und Glaube selbst in Zeiten größter Macht und größten Erfolgs auf die Probe gestellt werden können. Es ist also eine Geschichte, die uns dazu inspiriert, über die Einflüsse nachzudenken, die unser eigenes Leben prägen und darüber, wie wichtig es ist, an unseren Prinzipien festzuhalten, auch angesichts äußerer Versuchungen und Zwänge. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, hinterlassen Sie unten einen Kommentar und abonnieren Sie den Kanal, damit Sie keinen der kommenden Inhalte verpassen. Hab einen schönen Tag!